Da ist ein Zombie, ja, ich habe auf dich gezielt, aber dich nicht getötet. Simon das Traitor, er zielt auf mich. Nein. Nein. Maudados Traitor. Hier ruft gerade schon wieder jemand an. Ich könnte diesen Menschen einfach ermäucheln. Äh Simon, hast du geschossen? Ich habe überhaupt nichts geschossen. Ich habe nicht geschossen, es war eine Shotgun. Es war wirklich asozial. Maudado, komm her zu mir. Komm her, du kannst alle meine Waffen sehen, die hier sind. Ich bewege mich nicht, du kannst zu mir kommen und mich überprüfen. Wenn ich sterbe, ist es jemand. Nein, komm, komm zu mir, komm her. Ich bin Batman. Hallo. Hallo Dena. Komm her, komm her, komm her. Ich bin Batman. Da ist noch jemand. German is Pay ist das. German is Pay. Manu, äh, Maudado, komm hoch, da ist German is Pay kommt. Ich komme in meine Höhle. Maudado, komm schnell, komm schnell. Maudado, komm schnell. German is Pay hat das... Du hast geschossen. Du hast geschossen, German is Pay. Gartal. Hab ich nicht. Er hat geschossen. Er hat einen Shotgun. Er hat auch rumzuschreien. Er hat einen Shotgun. Wie kommst du darauf? Ich glaube, Simon ist Traitor. Nein, guck die Waffen an. Hier liegt so ne Uzi. Hier liegt ne Sniper. Und ich hab ne Galilien. Hallo. Ja, du hast geschossen. Du hast... Nein. Warte, warte, wer lebt denn noch alles? Weißt du, es nehmen noch 10 Leute. Tadde? Zombie. Dann ist Tadde wahrscheinlich Traitor. Ich habe niemanden getötet. Nein, du hast wirklich keinen niemanden getötet, weil wir hier abgeschnitten sind in unserem Bereich. Pass auf. Ich glaube, die anderen sind einfach nur ruhig. Okay, darf ich einmal ganz kurz meine Vermutung sagen, Modato? Okay. Also. Ich glaube nicht unbedingt, dass er Traitor ist, aber er hat geschossen auf jeden Fall. Warum liegt denn der Sniper? Ich habe gerade fast auf Modano geballert, ja? Ja, und du hast eben am Anfang von der Runde geschossen. Okay, ich will sehen ab. Ich habe ihn abgeschossen, ich habe ihn abgeschossen. Ich überprüfe ihn erst. Er ist noch nicht tot, er ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Dann überprüft du ihn. Doch, er ist tot, er ist tot. Ich gucke nach. Überprüfe ihn? Ja, ich gucke nach. Er war Traitor. Okay. So, mir kannst du vertrauen. Es war nämlich wirklich Germanist Pay mit der Shotgun. Das habe ich direkt gehört. Hier muss irgendwo eine Leiche liegen. Das ist doch die Frage, wer noch lebt. Komm, lass uns die Leiche suchen. Komm schnell. Lass uns gucken, wen der getötet hat. So, jetzt kannst du mir vertrauen, oder? Äh, ja. Weil das keine Fake-Leiche ist. Ja, okay. Alter. Man weiß ja nie. Jetzt, hier muss irgendwo eine Leiche liegen. Der hat irgendjemand in der Shotgun erschossen auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall lebt noch Zombie. Nö, Zombie ist confirmed. Und Manu ist auch confirmed. Zombie hätte eine Fake-Leiche gelegen können. Ja. Weil niemand hat ihn confirmed. So, na, na, da ist eine Leiche. Da ist eine Leiche. Da ist eine Leiche. Es ist Zombie. Zombie ist tot. Ist die Anfallschaden gestorben? Ne. Ne, okay. Das war der, der Manuel erschossen hat. Das ist das, was wir gehört haben. Das ist das, was du am Anfang gehört hast. Siehst du? Muss es ja Dehner oder Taddle sein. Logische Schlussfolgerung. Siehst du? Wir müssen ihn jetzt suchen. Und warum sagt ihr nichts? Ich denke, pass auf. Kurz logisch überlegen. Ähm, äh, Zombie wurde von Manu getötet. Wir beide sind hier. Und Baba, Taddle und Dehner reden beide nicht. Also einer von denen ist Traitor. Ja, richtig. Und der andere hat schon getötet. Ja, es ist Dehner. Dehner ist es. Okay, es ist Taddle. Ja, ach was. Das tut aber jetzt ja auch nichts mehr zur Sache. Doch. Hätten wir dich gefunden. Ich hab aber schon gedacht, dass du es bist. Weil du bist dann so jemand, der versucht halt dann zu schweigen. Also der schweigen würde. Einer kenne ich noch nicht so gut. Aber ich hab mir gedacht, du bist das. Und wo bist du so? Ja, unterwegs halt. Das aller schlimmste ist immer in dieser Situation. Willst du einkaufen? Ja. Und? Was schön? Ja, doch. Nicht zu viel Geld ausgegeben? Nö, nö, nö. Okay. Mordado weiß das aller schlimmste, was man in der Situation ist. Bist du das? Ja. Ich hab Manuel ja verdächtigt, weil du gesagt hast, es hat jemand geschossen. Dann hab ich Manuel abgeschossen. Und dann hättest du mich dann in der Situation totgeschossen. Das wäre dieses typische... Ja, ich hätte fast geschossen, weil du immer zu dem anderen sagst, überprüfe ihn, überprüfe ihn. Aber dann überprüfe ihn selbst. Weil wenn ich reinschaue... Ja, okay. Dann... Ich muss mir angewöhnen... Ich muss mir angewöhnen zu sagen, ich überprüfe es selbst. Okay? Okay. Aber vielleicht hab ich auch... Vielleicht hab ich auch einfach einen Trader... Nein! Nein! Mordado! Verdammt! 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 Ist er vom Auto tot gefahren worden? Nein! Er hat sich geduckt. Und jetzt ist er auf dem Klo und hängt hier fest auf dem Klo. Mordado, komm aus dem Klo wieder raus! Mordado! Mordado, sag doch was! Sag doch was! Hast du das gehört? Ja, das hab ich gehört! Das hab ich gehört! Du hast eine Brechstange! Alter, das ist ja ein Buggy! Alter, das ist ja ein Buggy! Alter, ist das eine Buggy-Scheiße! Fährst du mit einem Buggy? Oder wie? Darf ich jetzt bestiegen? Ja, so ist das! Ich hab ein bisschen Angst, Tadl! Ich glaube, du bist dich lieb zu mir, wenn du mich triebst! Guck mal hier! Wow! Hahaha! So richtig blind! Nein! Junge! Oh, wie ich überfahren wurde! Ich wollte nochmal wieder hochgehen! Ich wollte nochmal wieder hochgehen und die Sneaper holen! Alter! Aber dann hab ich gesehen, dass das Game gleich endet! Oh, ich dachte, du wärst in einem anderen Haus gewesen! Wie viel Zeit hat es denn noch? 16 Sekunden jetzt noch! Ich hatte noch 24 Sekunden, glaube ich! Alter! Der Kattl, Mordado würde übrigens wirklich überfahren! Ja, ach was! Ja! Nein! Alter, ich... Das sah aus, ey! Ich dachte, du wärst in einem anderen Haus! Und dann musste ich meine Waffen nachladen! Dann hab ich schnell zur Pistole gewechselt am Ende! Mann, ich hatte halt wieder so eine richtig schöne Situation! Ich hatte ganz weit weg einen Teleporter gesetzt und so! Ich hatte die beste Ausgangssituation, aber halt keine Zeit! Deswegen bin ich einfach zu dir gelaufen! Manu, hättest du nicht, äh... Ach! Die Map ist das! Ja! Manu, hättest du die, äh... Hättest du die, äh... Shotgun weggetan? Und das... Ich wollte sie extra nicht weglegen und ne neue holen! Weil ich mir dachte, hä, nur weil ich ne Shotgun hab! Doch! Das war... Es rennen... Es rennen 90% der Leute, haben immer ne Shotgun! Die Sache ist ja die... Ich bin bei Manko Maudado und wir sind eh noch im Dings! Achso! Guck mal, hier ist ganz viel Obst! Ich bin eh noch Spend! Die Sache ist ja die... Sag mal! Ich kann dir Sachen... Willst du lieber ne Melone? Oh! Oh! Dener schießt auf mich! Dener! Ist es! Hä? Das hört ja mal gefaked an, Maudado! Echt mal! Das hört ja mal... Bisschen... Bisschen sehr gefaked an! Da ist Zombie! Boah, Alter! Boah, Alter! Boah, war das knapp! Ich wurde fast überfahren! Der zählt auf mich! Nein! Nein! Maudado ist Traitor! Äh, hier liegt ein toter Maudado, muss ich leider sagen! Äh, dann ist es wirklich Dehner, wenn... Weil Maudado doch gesagt, dass es Dehner ist! Maudado, warum hast du es so... Maudado, warum hast du denn nicht... Das ernsthaft gesagt? Der hat sich halt ne Fake-Leistie geworfen! Ich bin es nicht! Ich schwöre! Okay, dann könntest du... Ich lauf hier alleine rum! Dann könntest du vielleicht... Deswegen schießt du direkt auf mich in der ersten Sekunde, als du mich siehst! Du bist doch ein Traitor! Ich weiß es! Ich bin Detective, du Mongo! Oh, Mann! Es sind Dehner, Maudado! Es sind Dehner, Maudado! Mann! Und Maudado wollte einen Masterplan machen, um ihn zu behindern! Alter! Dehner war Traitor auf jeden Fall! Wie dumm ihr seid! Okay, wo ist Maudado? Maudados? Ja gut, Maudado könntest du auch sagen! Ja, Maudado... Natürlich ist es Maudado! Oder habt ihr... Oder Taddl! In der Leiche steht aber innocent, also kann das nicht sein! Achso, ja, dann ist das nicht! Und was ist mit dir, Taddl? Was ist mit dir? Dann hat Maudado das echt richtig dumm gesagt! Ich bin Inno, ich seh dich, Simon! Hier, ich bin neben dir! Okay! Wenn er aufm Dach hat, auf mich geschossen! Simon! Simon! Da, neben dir aufm Dach! Das ist Simon! Simon schießt auf mich! Wie behindert das ist! Ich sag einfach zu ihm, ich bin neben dir! Er sagt okay! Und er schießt aber auf den anderen! Ja, das klingt klug, ja! Nein, Taddl! Wenn der zweite Traitor tot wäre, Simon, dann wird die Runde enden! Allein deswegen! Hey, ne, aber Moment! Dann wäre er ja eh nur und wäre gestorben und der Babataddl-Traitor würde ja noch leben! Also würde es schon so machen! Ja, ist doch auch so, Simon! Ist doch tot, bestimmt! Der ist bestimmt nur als Simon getarnt! Oh! Oh, er hat Position gewechselt! Ah! Jo! Gut, dass du tot bist und einfach weiterredest und damit das Spiel beeinflusst! Und den anderen erst mal sagst, wo der andere sich befindet! Also, ich hab das so komisch gesagt! Ich hab das so komisch gesagt, weil ich grad hier dener... Willst du ne Melone oder lieber ne Banane? Und ich wollte das in so ner richtig behinderten Stimme sagen! Und der Moment schießt auf mich! Junge, die Runde war richtig skillig! Innocent! Maudado, start dann bitte mal nach der Runde hier den Server neu! Den Server! Ja, wie gesagt, ich hab ein Fenster kaputt! Ja, Taddl! Ich hasse dich auch! Stirb, du Hurensohn! Och, Zimbel! Ist doch nicht böse gemeint! Doch! Mobbing! Cybermobbing! Ich meld dich bei der Polizei! Let's play! Bleib bitte hier! Da kommt jemand hoch! Da ist Maudado, da ist Maudado! Du hast mich letztes Mal in diesem Haus getötet, aber diesmal vertraue ich dir, weil du Blau bist! Alter! Ja! Weil du Blau bist! Maudado, pass auf Maudado auf! Pass auf Maudado auf! Was ist passiert? Ich passe dir auf dich auf! Oh, das ist so unglaublich! Da liegt eine Leiche auf der Straße! Wahrscheinlich wegen Auto und wahrscheinlich Zimbel, weil er grad gelacht hat! Ich check mal! Oh! Ich hätte dir so schön Headshot geben können in Taddl, aber hab ich nicht gemacht! Oh Junge! Wo ist denn der Jena? Leute, guck mal, guck zu mir! Leute, guck mal, guck zu mir! Hier hinten bei dem Auto, seht ihr mich? Kann man mich jetzt noch sehen? Nee! Du bist immer... Ich sitz im Auto! Voll seltsam! Bist du das Zimbel? Wo ist die Tür? Guck mal, jetzt Zimbel! Nein! Er wollte doch angefahren werden! Oh Mensch! Nein! Er wollte doch angefahren werden! Maudado hat ne Leiche! Maudado, geh weg! Maudado, geh weg! Geh weg von mir! Spring da runter! Spring auf der Seite runter! Spring da runter jetzt! Ich hab schon drei Schaden! Und... Hau ab! Ich hab schon drei Schaden! Hau ab! Hau ab! Nee, ich will dich überhaupt nicht schieben! Hau einfach ab! So! Maudado? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ähm... Das war schon so... Also! Entweder ist es Däner, Tadl oder Maudado! Ach gut! Ja, weil ich ja innocent hier stehen hab! Ja! Das ist doch logisch! Ihr seid doch mal dumm! Niemlich glaub ich die nicht! Tadl ist oben! Ja lass uns da mal an einem Knotenbun treffen! Geh! Geh! Ich will mal hier rein! Erstmal muss ich wissen, wie ich hier wegkomme! Kann man gar nicht durchgehen! Ich bin bei diesen komischen Areals! Ich will ihn! LKW schreit! Oh! Baustrahle! Oh hui! Was ist passiert? Guck mal! Ich hab dich hier schnapp geballert! Ich hab's dabei umgebracht! Lass mich! Ey, ich hab doch Überwaffe! Ich hätte dich doch schon töten können! Warum soll ich denn so lange warten, wenn ich Täter bin? Dann schreie ich halt sofort Simon an! Das ist echt Feinde! Ich bin's aber nicht mal! Ihr schreit so schnell, weil ihr kann so gut schreien! Ich hab das Gefühl immer, wenn geschrien wird, wer einen tötet, dann geht da niemand drauf ein! Tadl! Bitte! Hallo! Da ist einer! Bei mir ist Maudado! Bitte töten wir den! Habt ihr das Kunststück gesehen? Ja! Feiner Junge! Danke! Ganz fein! Ganz fein! Ja, schau mal! Komm mal her zu mir! Hallo! Maudado ist es! Maudado ist es! Maudado ist es! Maudado ist es! Maudado ist 100%ig! Maudado! Wo denn? Sag doch wo! Da fliegt eine Kiste durch die Gegend! Magie! Hilfe! Okay! Also! Wenn es Dena nicht ist und Maudado beschuldigt wird, muss es Tadl sein! Wo ist Tadl? Dann greift Tadl an! Ja, mach ich auch wenn ich ihn sehe! Nein, mach ich natürlich nicht Tadl! Also kannst du ruhig zeigen! Achso! Ja, ich kann mir sicher sein! Ja, ich kann mir sicher sein! Aber Tadl soll ja nicht denken, dass ich böse auf ihn bin! Ich lebe noch! Maudado! Maudado war innocent! Maudado war innocent! Guck mal! Maudado war innocent! Das heißt Dena und Tadl sind's! Dena und Tadl sind's! Äh! Bombe! Bombe! Hier piepste Bombe! Hier piepste Bombe! Nein! Stopp! Komm mit mir! Da ist die... Dena! Hä? Da oben hab ich nur gelesen, dass Maudado gefunden wurde! Und da vorne läuft Dena rum! Hä? Ich hab überhaupt nichts Falsches gesagt! Guck mal! Da hinten läuft Dena rum! Warum sagst du mir, dass ich was Falsches... Ich werd angewandert! Gut, dass du... Gut, dass du so behindert in deinem Kopf bist, Alter! Ja! Äh! Simon, Manuel hatte Recht! Da stand... Das Maudado gefunden wurde als innocent, oder nicht? Nein! Das Maudado Dena gefunden wurde! Aber da ist grad ein Dena rumgelaufen! Ich bin doch nicht blind! Dann hat jemand äh... Fake-Dingels genommen! Da ist grad ein Dena rumgelaufen! Ohne jetzt... Bevor du mich abschließt... Hier! Ich hab keine Waffe mehr! Ja! So! Okay, gut! Dann ist Simon wohl der... Unschuldige! Da oben ist er! Da oben ist er! Da oben ist er! Am Haus oben! Hör auf mich mal anzusnipern! Ich hab dich nicht angesnippert! Nee, nee, ich mein nicht dich! Ich mein den, der mich gerade angesnippert hat! Da ist ja gar keine Sneaper! Sneaper! Ich glaub... Also ich... 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 Glaub... Ich bin nicht Träter, oder? Hallo? Hallo? Bin ich Träter? Oh! Ah! Nee, 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 nee... So... Komm, Dude! Warum stirbst du denn nicht? Hab ihn! Hab ihn! Hä? Sauber! Du hast den nächsten Schuss gemacht! Da! Der andere kommt! Der andere kommt! Der andere ist Dena! Dena kommt! Er ist nicht mehr reingekommen! Schade! Ich wollte gerade noch ne Box machen! War Dena jetzt? Simon, hallo! Guck mal! Ich bin der Stein... Und vor allem das erste Mal... Schnell Auto! Schnell zum Auto! Das... Warte! Das erste Mal als du... ... ... ... ... Dacht hast Dena, Leuke rumdach... Dacht hast Dena, Leuke rumdach... ... DINER LOCKER DINER LOCKER So ein KID hat mir doch noch nichts Das hat DINER LOCKER